Bahnsteig 2b bis e. Eurocity 217 nach Graz Hauptbahnhof über Radstadt, Zeltstal und Leogen Hauptbahnhof fährt ein. Die erste Klasse befindet sich im Sektor D und E. Für diesen Zug fährt zwischen Schladming und Stein nach Irtning ein Schienenersatzverkehr. Attention please. Eurocity 217 nach Graz Hauptbahnhof über Radstadt, Zeltstal und Leogen Hauptbahnhof über Radstadt. Die erste Klasse befindet sich im Sektor D, zu sehen, dass die Klasse befindet sich im Sektor D, und die Klasse befindet sich im Sektor D. Untertitelung des ZDF, 2020